servus leute willkommen zurück zu let's play final fantasy 10 dem hd remaster auf der ps4 wir sind jetzt kurz vor seiner kennt es geht jetzt weiter richtung seiner kennt oben und jetzt müssen wir erst mal durch die trümmer durch natürlich gibt es ja auch zufallskämpfe nämlich gibt es ihr monster die uns schon bekannt sind vom berg gaga selbst nämlich dieser arre machen hier und diesen ich kenne kennen auch schon ich 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 es ist auch eingefangen und wir kriegen ja recht viel api hier so schon wieder die zwei gleichen monster riku soll erstmal verstehen wo kann diesen arre man gleich wieder mit einem schlag ausschalten und anfangen so riku war schon dran das heißt ich soll erst mal titus zuschlagen und kimaui und jetzt wechsel ich schnell durch ja es kommt wieder dieser feuerball angriff so juna war noch nicht dran lulu war noch nicht dran und jetzt zum schluss noch er kann in dem rest geben so hier gibt es erstmal eine truhe mit einem glücks ferion und jetzt geht es weiter und hier sehen wir zum ersten mal einen behemoth der hat ein bisschen was drauf der behemoth aber kraft brecher wirkt ganz gut vor trotzdem ist ein angriff sehr sehr stark obwohl ich kraft brecher eingesetzt habe wird mal zeit für mocker mal schauen aber ging schlaf er lässt sich einschläfern sehr schön ok jetzt ist er aber schon wieder aufgewacht na toll ok der hat jetzt nicht mehr viel energie jetzt soll erstmal alle durch wechseln so ich glaube riku war noch nicht dran so und organ soll jetzt den letzten schlag machen und dann gleich einfangen so ich werde jetzt zwischendurch mal ein bisschen heilen genau nämlich hier vorne ist unser ziel der sogenannte der sogenannte jävanthrom also der ja äh der sein erkenntrom so so und diese mantra kora gibt es hier auch wieder die kennen wir schon vom berg gaga set so 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 Also, wie sollen wir das tun? Das sind wieder altbekannte Gegner Auf die habe ich jetzt aber keine Lust Da hauen wir einfach ab So, und jetzt stehen wir wieder gegenüber einem Behemoth Borka soll den erstmal schlafen legen Damit der jetzt nicht auf blöde Gedanken kommt Okay, der ist jetzt schon fast tot Fast tot Dann, ja Schauen wir noch, ob es was zu spielen gibt Einen Eta, sehr schön So, okay, Mario war noch nicht dran Die zwei Damen, Lolo und Jona, waren auch noch nicht dran So, und jetzt können wir mit Orban den letzten Schlag machen Sehr schön Da gibt's Oh, Titus habe ich ausgelassen, sicher Aber egal So Nun sind wir hier Beim Jevon Turm Ja, er heißt sogar Jevon Turm Angelangt Hier werde ich jetzt erstmal abspeichern Und jetzt geht's weiter ins Innere Ja Jouneur der langen Straße Nämlich dir selbst Ich bin der Summoner Yuna Ich komme aus der Isle von Besaid Deine Augen, mein Lieber Show mir die langen Straße Du hast verholt Sehr gut Du hast verholt Well Lady Yunaleska wird sicherlich willkommen Ja, go Ja, go Spira, I will gladly give my life It is the highest honor For which a guardian might ask Use my life, Lady Yoken And rid Spira of sin What? What was that? Our predecessors She said Lady Yoken Didn't she? Wait She guarded High Summoner Yoken? This dome is filled with Pyreflies It's like one gigantic sphere People's thoughts remain here Forever So, jetzt müssen wir erstmal Hier uns den Weg durchbannen Natürlich gibt es hier Auch Gegner Aber nur irgend so welche Typen Die können wir natürlich nicht einfangen Das sind keine Monster Ja, und hier gibt es diese ganzen Verdammten Maschinen auch wieder Einfach mal abhauen So Ihr habt schon gesehen Hier oben ist eine Truhe Ach, ne Soll ich gegen den kämpfen? Ja, kämpfen wir einfach mal gegen den So, Panzerbrecher ist ganz wichtig Gegen den Dann zaubern wir mal Feuer drauf Ah, macht schön Schad Riku darf auch mal ran Und etwas stehlen Oh, man soll mal einen Geistbrecher einsetzen Woka war glaube ich noch nicht dran Der soll auch mal angreifen Juna Ja Soll mal abwehren Autsch Das ist aber nicht nett Okay Zeit, dass Oran wiederkommt Und viel hat er noch Okay Ich glaube, oh man kann den Ernst vernichten Natürlich kann der nicht Eingefangen werden Weil das ist so eine Maschine Ja Hier ist eine Truhe Mit 10.000 Kills Okay Kann man gebrauchen Ah, diese Zufallskämpfe sind halt wieder mal lästig Hier gibt es doch schon einen Speicher Spherion Sehr schön Und da gibt es hier erstmal einen Hinterhalt Oh man, die machen schon sehr viel Schaden So Also sind wir wieder geheilt Weil wir den Spherion berühren Nein Nein Mutter, nein Ich will nicht Ich will nicht Ich werde dir ein Speicher Es gibt keine andere Ich werde mich Und schrauben Sin Nur dann werden die Leute akzeptiert Ich will nicht Ich will nicht sie Ich Ich brauche Keiner Ich habe Ich habe viel Zeit Hey Was ist das Seymour? Naja, das war Seymour. Okay, Zeit zum Abhauen. Okay, hier ist keine Truhe, aber hier rechts bei der Abzweigung. Einen Freundsverbiot. Ich habe keine Lust auf euch. Ach Mensch, immer diese verdammten Zufallskämpfe. Wenn man trainieren will und so, dann ist es ja praktisch. Ja, aber wenn man nur so weitergehen will in der Story, dann ist es doof. Hier unten ist eine Truhe versteckt, mit einem Level 30 Sphero Bass. Und tschüss. Ja, und jetzt werden wir hier gleich eine Sequenz sehen mit Braska. Und dann wird er wieder checkt und... Oh, ey. Hey Braska, you don't have to do this. Thank you for your concern. Fine, I said my peace. Well, I haven't. Lord Braska, let us go back. I don't want to see you die. You knew this was to happen, my friend. Yes, but I... I cannot accept it. Oran, I am honored that you care for me so. But I have come to kill grief itself. I will defeat Sin and lift the veil of sorrow covering Spira. Please understand, Oran. Ja, und wieder Zufallskämpfe. Juhu. Keine Lust mehr. Baramut soll hier kurz im Prozess machen. It's Hightfian and Impulse. Ja. Oh, die geben viele AP. So, hier gibt es erstmal wieder eine Truhe. Und hier um die Ecke gibt es gar nichts. Okay. Auch gut. Okay. Okay. So, Parades and Fireworks. So, hier gibt es wieder einen Speicherpunkt. Und hier hinter dieser Tür beginnt dann die Prüfung hier von Senacant. Und das werden wir aber erst beim nächsten Part erledigen. Das heißt, dieser Part geht somit zu Ende. Danke fürs Einschalten, Leute. Und man sieht sich beim nächsten Mal. Mach's kurz. Ciao. Tschüss. Tschüss. Tschüss.